Kurze Abstimmung bevor das Video losgeht. Auf jeden Fall, ihr seht nach dieser Audiospur zwei Intros und ich weiß einfach nicht, welches von beiden ich benutzen soll. Deswegen, wenn ihr die Intros gesehen habt, könnt ihr oben rechts in der Ecke bei der Infokarte abstimmen, welches ich benutzen soll und wäre mir auf jeden Fall eine Freude, wenn ihr das für mich machen würdet. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich dachte, du bist meine Bella, Bella, ey. Doch alles Märchen, wie es in Dorella, Ella, ey. Ja, hey Leute, ihr könnt es in einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es wieder ein stinknormales Video mit keinem besonderen Thema. Wer mein letztes Video geschaut hat, weiß Bescheid. Ich habe die zentralen Abschlussprüfungen geschrieben. NRW, Realschule und ja, also, was kann ich dazu sagen? Zum Glück sind jetzt alle Prüfungen abgeschlossen. Das heißt also, jetzt wird erstmal gechillt und ja, okay, nicht hundertprozentig gechillt, weil wir schreiben anscheinend noch Tests in Nebenfächern und sowas. Aber ich meine, jetzt ist alles auf jeden Fall entspannter in der Schule, so wie ich es aus dem letzten Jahr von den letzten Abgängern kenne. Die waren auch zum Großteil nur am Chillen, haben Musik im Innenhof gehört und so weiter. Nice. Auf jeden Fall bin ich jetzt an diesem Prüfungsstress vorbei und ich persönlich fand die Prüfungen gar nicht so schwer. Das sagen aber auch die meisten Leute zu mir immer. Also die Lehrer, die setzen einen anscheinend richtig unter Druck und so weiter. Aber dann höre ich irgendwie von Leuten, die haben nicht gelernt und sonst was alles gemacht und sind trotzdem durch die Prüfungen durchgekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich auch so sehr schlecht eigentlich vorbereitet. Also wirklich zu Hause habe ich kaum was gemacht, vielleicht nur ein bisschen, so immer ab und zu mal 10 Minuten am Tag oder sowas. Liegt aber auch daran, dass ich kein Mensch bin, der so stundenlang am Tisch zu Hause sitzen kann und ja, lernen kann. Auf jeden Fall fand ich die Prüfungen relativ einfach. Man setzt sich einfach selber sehr viel unter Druck, also man hat echt Angst vor der Prüfung. Aber echt Leute, sie ist gar nicht so schwer unbedingt, wie man denkt. War bei mir zumindest so, also Mathe war für mich sogar die einfachste Prüfung. Ich war eine halbe Stunde vor Abgabe fertig. Digger will er mich fe- Digger was, 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 Digger was. Oh nein, meine Buchheißung. Und alle haben, also als sie das gemerkt haben, dass ich fertig bin, haben sich alle umgedreht und mich scheiße angeguckt. Aber wirklich, ich dachte bei Mathe kommt jetzt, also bei uns war das so, ich dachte jetzt kommen Parabeln und ähm, wie heißen die nochmal, diese Strahlensätze, aber Strahlensatz kam zum Beispiel gar nicht dran, Parabeln kam vielleicht ein, zwei so dran. Ich dachte so halt, diese Themen kommen jetzt und nehme mich richtig auseinander, aber nein, kam sie nicht. Also ich fand die, ja, Aufgaben relativ einfach und ja, ich war, wie gesagt, jetzt gut durch die, hä, mein Deutsch ist wieder weg, ne? Ich bin auf jeden Fall gut durch die Prüfung gekommen und auf jeden Fall so viel schon dazu. Ja, derzeit bin ich auch echt im Black Ops 2-Fieber, also die letzten Tage, wir haben ja jetzt Ferien, eine Woche, die letzten Tage, habe ich mich morgens immer an die Playstation gesetzt und gezockt die ganze Zeit, also wirklich, macht derzeit echt viel Spaß Black Ops 2. Jetzt vorher habe ich auch schon ein paar Stunden Black Ops 2 gespielt, hat auf jeden Fall gebockt, weil die Lobbys in TDM sind teilweise so unnormal heftig, aber ja, die Nuke habe ich heute zum Beispiel auch dreimal oder zweimal gefailt, also ich bin einfach richtig belastend, zwei Kills ungefähr so davor gestorben. Richtig mies auf jeden Fall, ich habe auch leider nur ein Gameplay abgefilmt bekommen, das ist so bei mir das Ding, also ein Gameplay, eine Nuklear, wie auch immer, habe ich abgefilmt bekommen von einem Kumpel, 1080p, 60fps, PS, aber wann ich die benutze, weiß ich jetzt noch nicht und ich habe teilweise schon so nice Nuklears und so weiter erspielt, also die echt vom Movement und Aim und so weiter echt gut erspielt sind, aber mein Problem ist einfach, ich kann einfach nicht abfilmen, ich habe auch noch eine Story mit einer Elgato, also aus meinem Real Life sozusagen, aber die kann ich ja wahrscheinlich mal in einem anderen Video erzählen. Auf jeden Fall habe ich leider keine Möglichkeit, diese Gameplays zu recorden, außer halt durch Playstation 3 selber, aber das ist dann irgendwie 360p oder sowas, also das kann man sich echt nicht geben. Also wenn mir da irgendwer jemand weit helfen könnte, wäre auf jeden Fall cool, wenn du mir schreiben könntest, Instagram oder hier in die Kommentare, ist eigentlich egal. Ähm, ja, Hauptsache sind mindestens 720p. Von mir aus können wir auch gerne handeln, weil ich mache ja Intros auch, also habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber ich bin auf jeden Fall nicht aus der Übung und, ähm, ja, wenn man das so absprechen könnte, könnte man ja vielleicht mit dem Intro und sowas handeln, müsste man auf jeden Fall mal gucken. Und ja Leute, sorry, ich habe mir jetzt kein Script oder irgendwie sowas aufgeschrieben, das war jetzt komplett Freestyle. Oh, ist mein Kopf, lan? Spaß beiseite auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und, ja, also, wenn das der Fall ist, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mir gerne Verbesserungsvorstärke in die Kommentare, falls ihr welche für mich habt. Und, ja, die letzten Tage ist es echt ziemlich heiß, also kritische Hase auf jeden Fall. Ich sitze in meinem Zimmer bei 300 Grad, nein, Spaß. Und, ja, ich habe einen miesen Sonnenbrand, wollte ich dir jetzt nur nochmal kurz Bescheid sagen. Sonnencreme muss auf jeden Fall nächstes Mal am Start sein. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise eine schöne Woche, für die Leute auch, die noch Ferien haben oder ich weiß gar nicht, wer alles Ferien hat. Ich auf jeden Fall. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.